Die CDU begrüßt Sie ganz, ganz herzlich in Kreuzberger Fluxbau. Schön, dass Sie da sind. Berlin ist frech. Ja, Berlin ist auch manchmal hart. Und ich sage Ihnen ganz selbstbewusst, genau wie die Berliner CDU. Wir wollen nicht nur Regierungsverantwortung, sondern wir wollen einen wirklichen Politikwechsel. Wir sind hochmotiviert und wir sind bereit. Die CDU hat sich, glaube ich, inhaltlich in ihrer Arbeit, in ihrem Auftritt schon über die vergangenen Monate stark neu erfunden, stark neu positioniert. Jetzt geht es darum, das auch deutlich zu machen, zu zeigen, wie wir sind, wie unverwechselbar wir sind, was unser Alleinstellungsmerkmal inhaltlich, aber jetzt auch visuell ausmacht. Mit Herz und Kante. Smart, aber nicht überheblich. Auf jeden Fall unverwechselbar. Das ist die neue CDU Berlin. Das ist die Optik der neuen CDU Berlin. Wir haben uns eine Menge vorgenommen. Wir wollen mit der Stadt ins Gespräch kommen. Ich freue mich drauf. Heute präsentieren wir uns in einem neuen Look. Wir haben das Ziel, noch mehr Berlinerinnen und Berliner anzusprechen. Wir sind modern. Wir sind schnell. Wir sind frech. Ja, wir sind auch manchmal hart. Genau wie Berlin. Und deswegen passt die Berliner CDU so gut zu dieser großartigen Stadt. Aber wir wollen vor allem, dass die Berlinerinnen und Berliner wieder stolz auf Berlin sein können. Wir wollen, dass Berlin funktioniert. Und das, wenn wir gemeinsam mit den Berlinerinnen und Berliner mit der Stadtgesellschaft erarbeiten. Auf geht's Berlin für einen Politikwechsel 2021. Und das war's. Und das war's.